Hallo und herzlich willkommen zur 38. Ausgabe von CUT. Heute ist Sonntag, der 14. April 2019. Neben mir sitzt wie immer die bezaubernde Donja. Hallo! Und ich bin der Marco. Hallo! Ja, lang musstet ihr warten. Ja, ich habe schon Beschwerden bekommen. Ja, ich glaube, wir suchen gar nicht großartig nach irgendwelchen Entschuldigungen. Es ist einfach so, dass uns nichts ins Kino gelockt hat. Nein, leider. I'm so sorry. Aber ein Film hat es dann doch geschafft und zu unserer aller Erstaunen war es ein Film aus dem DC-Universum. Wieso aller Erstaunen? Ja, das ist ja in letzter Zeit nicht unbedingt für gute Superheldenfilme bekannt. Also ich meine, den Aquaman wolltest du ja nicht schauen. Und der soll ja ganz toll sein. Ja. Warten wir jetzt mal ab, der kommt ja jetzt dann den Monat. Dem werden wir mal einer Sichtung unterziehen und dann werden wir sehen, wer von uns beiden recht hat. Aber bis jetzt sind wir ja fast in jeden DC-Verfilmung ins Kino gegangen, oder? Ich meine, Justice League haben wir gesehen, Superman haben wir alle Filme gesehen. Jetzt habe ich dich revidiert. Entschuldigung. Ja, die waren aber auch nicht gut. Ja. Ja. Die waren halt auch nicht gut. Also seit Batman haben die halt nichts Anständiges mehr vorgebracht. Das stimmt. Und die besten DC-Verfilmungen sind ja eigentlich immer die, von denen man gar nicht weiß, dass es DC-Verfilmungen sind. Sowas wie, ähm, sag's? Ja. Wie für Vendetta. Wie for Vendetta. V wie Vendetta oder wie for Vendetta, beziehungsweise, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, den du so gerne magst mit dem Keanu Reeves. Und Konstantin. Konstantin, ja. Und da sind halt, da sind eher die, die uns am besten gefallen, natürlich Batman sowieso. Ja. Aber, ja, seitdem kämpfen sie so ein bisschen, glaube ich, um ihre Identität. Selber nicht so genau wissen, was sie machen wollen. Sie sind so ein bisschen spät dran, auch so ein eigenes Cinematic Universe zu schaffen. Sie geben zwar vor, das irgendwie zu beabsichtigen. Sie haben einen Masterplan, aber sie haben keinen. Aber der, der ist natürlich, da sind sie natürlich jetzt ein bisschen spät dran und, ähm, Marvel ist ihnen da schon weit, weit, weit voraus. Ja. Ich meine, in Kürze kommt ja, ähm, Avengers Endgame, der, ja, tatsächlich so ein Meilenstein oder so ein Abschluss einer, einer Ära von, von Superhelden, Marvel-Superhelden-Filmen, ähm, darstellen soll. Ja. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, äh, wir waren in Shazam. Sag das Zauberwort. Also, es schlägt jetzt kein Blitz in mich ein. Was heißt, ich habe leider keine magischen Kräfte. Nein, du bist jetzt auch kein Jugendlicher. Hast du dich wieder zurückverwandelt? Nee. Spoiler! Spoiler. Ja, ich habe, äh, ich habe mir zu Shazam, habe ich mir ein bisschen so die Hintergrundgeschichte rausgesucht, weil ich glaube, dass es vielen unserer HörerInnen so geht, wie es mir oder dir geht, dass wir den, die Figur, die namensgebende Figur eigentlich so gar nicht kannten oder kaum kannten. Kannte ich auch nicht, nee. Ja, wir haben, äh, so ein, so ein Bild, äh, in unserem Wohnzimmer hängen, auf dem Superman und Shazam abgebildet sind, falls du das schon gesehen hast. Den habe ich da jetzt echt nicht gefunden, gell? Ja, doch, der ist da drauf. Echt? Ja. Krass. Ähm. Ähm. Uh, darf ich aufstehen? Nein. Ähm, aber wir wissen wirklich herzlich wenig über, über diese Figur und es wirkt ja auch so ein bisschen, naja, es wirkt schon so ein bisschen kindlich naiv. Vor allem der Name, ich meine, Shazam, ist das nicht so eine Musiksuchmaschine? Ja, auch. Ah, okay. Eine mittlerweile von, von Apple, äh, aufgekaufte Musiksuchmaschine. Ja. Deswegen dachte ich so, hä? Genau. Nein, äh, wir sprechen aber nicht über Apples, äh, Musiksuchmaschinen, sondern wir sprechen über den Kinofilm und ich erzähle euch jetzt einfach mal ein bisschen zu den, äh, zu den Comic. Und zwar, ähm, gibt es, ähm, erschienen, ähm, Shazam, ähm, erstmals in den, ähm, im Februar 1940, äh, unter dem, äh, Label Wiz Comics, ähm, des Verlags Fawcett Comics. Ähm, Wiss Comics, ähm, Wiss Comics Nummer zwei, äh, also Ausgabe Nummer zwei, äh, erschien dieser Superheld. Ähm, ähm, und der Namensgebende, der Namensgeber ist aber ursprünglich gar nicht der, ähm, Superheld, sondern ein uralter Magier, der laut dem ersten Comic ungefähr 3000 Jahre alt ist, der seine Kräfte an den jungen Billy Watson weitergibt, Willy Watson weitergibt und ihn in den Superhelden Captain Marvel verwandelt. Uh, und jetzt seht ihr schon, ähm, ich hab, ähm, auch bei meiner Recherche war ich am Anfang so ein bisschen verwirrt, weil, ähm, naja, Captain Marvel waren wir ja, war ja auch noch unser letzter Podcast, war ich etwas verwirrt, aber es gibt tatsächlich zwei, aber dazu später mehr. Äh, geschaffen wurde diese Figur von, äh, also Captain Marvel von, ähm, den Autoren C.C. Beck und Bill Parker und es war tatsächlich so, dass die Wiz Comics, ja, in den 1940er Jahren, die meist verkauft, also in den USA, die meistverkaufte, ähm, Superhelden-Comic-Reihe war und sich dieser Wiz-Comic Nummer 2, in dem, äh, eben Captain Marvel seinen ersten Auftritt hatte, schon, äh, über 500.000 Mal verkauft hat. Also das sind schon, ähm, das sind so Zeiten, wo, wo so ein Comic-Heftemil 50 Cent gekostet hat oder 30, keine Ahnung, ja. 10, 5, 5 Cent. Ja, oder ich weiß es nicht mehr, ja. War vor allem, also in den 40er Jahren, äh, die, die erfolgreichste US-Comic-Serie. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, das, was jetzt den Namen ausmacht, dieses Shazam, war damals auch schon das Zauberwort quasi, das, äh, der junge Billy Watson aussprechen musste, um sich in Captain Marvel zu verwandeln, weißt du, wofür das Shazam steht? Mhm, für den Blitz, oder? Nee, das ist jetzt nicht nur, das ist jetzt nicht nur irgendein Ausruf der Freude, sondern, äh, das hat tatsächlich einen Sinn, das S steht für die Weisheit von Salomon, das A für die Ausdauer von Atlas, das Z für die Kraft von Zeus, das A für den Mut von Achilles und das M für die Geschwindigkeit von Merkur. Und wo ist das H? Herkules, die Stärke von Herkules. Ah, okay. Hab ich doch gesagt, hab ich vergessen. Aber nicht in der richtigen Reihenfolge, nein. Also Salomon, Herkules, Atlas, Zeus, Achilles und Merkur, Shazam. Okay, ich hör's mir nachher nochmal. Ja, ähm, war wie gesagt eine sehr, sehr, ähm, erfolgreiche Comic-Serie, wurde aber 1953 eingestellt, und zwar wegen eines Rechtsstreits mit DC-Comics, die quasi Fawcett-Comics des Plagiats bezichtigten, ähm, weil sie ihnen vorwarfen, äh, schamlos, ähm, sich bei Superman zu bedienen. Mhm. Der damals schon erschienen war. Und aufgrund dieses Rechtsstreits mussten die, ähm, 1953 quasi die Serie einstellen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob sie den Rechtsstreit tatsächlich verloren haben oder ob sie der Prozess so viel Geld gekostet hat, dass sie pleite gingen. Ich, ich hab keine Ahnung. Jedenfalls war der Rechtsstreit schuld. Und, äh, ironischerweise fand sich auch jemand, der 1972, also fast 20 Jahre später, die Rechte an diesem, äh, Captain Marvel erworben hat. Und zwar war das DC-Comics. Mhm. Ja, also die haben erst, also zum einen die, äh, den ursprünglichen Verlag quasi in den Boden gestampft, äh, von, von, also vernichtet sozusagen, und 20 Jahre später die Rechte zu kaufen. Dumm nur, dass in der Zwischenzeit ein anderer Verlag eine Figur namens Captain Marvel erschaffen hat und den Markennamen registrieren hat lassen. Und zwar Marvel, äh, Comics. So, jetzt war natürlich DC, äh, vor dem, vor dem Problem, dass sie, äh, diese Figur nicht mehr Captain Marvel nennen dürfen. Und seither, ähm, also die dürfen den weder in den Titeln noch, äh, zu Werbezwecken verwenden und nutzen eben stattdessen Ersatztitel wie Shazam oder The Power of Shazam. In den Dialogen der Geschichten allerdings, äh, darf Captain Marvel weiterhin beim Namen genannt werden. Okay. Ja, wusste ich auch nicht. Mhm. Und, äh, Shazam Nummer 1, also der, der, ähm, erste Comic mit diesem Titel erschien dann im Februar 1973. Mhm. Ja, also 72 haben sie die Rechte gekauft und dann erschien der ja 1973. Ja, und seitdem ist das Ding halt als Shazam bekannt. Mhm. Und nicht mehr als Captain Marvel. Und ich kann das auch nicht als Captain Marvel und ich hab jetzt erst bei der Recherche von diesem Hintergrund erfahren und ich fand es eigentlich ganz interessant. Mhm. Ja, ich, ich wusste schon, weil ich hab im Radio mal gehört, so, ja, jetzt kommt der zweite Captain Marvel-Film in die Kinos. Ja. So wurde es dann genannt und, ähm, ja, ich hab mal so, also die Details wusste ich nicht, aber ich wusste mal, dass, ähm, DC und Marvel sich da so ein, ähm, ja, so hatte ich sie in Erinnerung, dass DC und Marvel sich halt um diesen Captain, den Namen Captain Marvel halt ein bisschen kloppen. Ähm, ähm, aber das war jetzt in dem Sinne auch nicht ganz so richtig, aber, ja, danke für die Info. Gerne, gerne. Sie spielen auch damit, da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Mhm. Ähm, jetzt wo ich es weiß, ähm, weil um, um diesen Namensstreit quasi weiß, macht, äh, macht so ein Gag innerhalb des Films nochmal mehr Sinn. Ja. Ja. Ähm, da können wir später nochmal drauf eingehen, was, was den Namen von, von dem Superhelden betrifft. Aber, ähm, dann würde ich sagen, liest du uns doch mal ein paar Fakten. Ja, und zwar. Zum Film selbst vor. Ja. I try. So, der Film hat, äh, das Geburtsjahr 2019. Mhm. Aber wahrscheinlich ist er 2018 gedreht worden, aber kommt 2019 raus. So, so hat die FSK 12, ähm, er geht zwei Stunden und zwölf Minuten, hat auf IMDB einen, eine Bewertung von 7,7 und einen beeindruckenden Metascore von 71. Ja. Ja. Kann ich nachvollziehen. Ja. Später mehr. Mhm. Regie führt der David F. Sandberg, der, ähm, ja, noch nicht so viele Filme gemacht hat, äh, und mehr Horrorfilme. Und zwar Lights Out und Annabelle 2 und, ähm, ja, das Closet Space, hm, das sagt mir jetzt gar nichts. Das Drehbuch haben geschrieben der Henry Gaden und Darren Lemke auf die, ähm, Geschichte natürlich von Shazam. Basierend. Basierend genau, der Henry Gaden hat, äh, Spider-Man 3 mitgemacht, Earth to Echo und der Darren Lemke hat Turbo, Gänsehaut, Gänsehaut 2 und so weiter. Also auch mehr so Familienfilme. Mhm. Kamera hat, äh, Maxime Alexandre, der hat, äh, The Nun, Paris Chetam und Annabelle 2. Nein, da haben die Sicht wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, die haben sich auf jeden Fall auf dem Set getroffen, wenn die den Film zusammen gemacht haben. Äh, Musik der Benjamin Wohlfisch. Ah, ja, ja, den kenn ich noch. Naja, Blade Runner 2049, S, Dunkirk, Hidden Figures, also der hat schon einige, einige gute Sachen gemacht. War das nicht der, der, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, der irgendwie so, so ein, so ein, ist das nicht so ein Hans Zimmer Zögling? Das kann sein, ja, ja, würde ich auch schon sagen. Ja, ja, ja. Weil ich dachte eigentlich, Dunkirk hat da Hans Zimmer gemacht, aber er hat auf jeden Fall mitgemacht. Nee, erzähl einfach weiter, ich gucke mal. Okay, du guckst das nach, okay. So, dann kommen wir auch schon zur Besetzung, die ist natürlich riesig, ähm, ich habe jetzt mal ein paar Figuren weggelassen, die dann eh, ja, eigentlich schon, das wäre eigentlich schon ein Spoiler. Ich habe ein paar Figuren einfach mal weggelassen. Ja, sehr gut. Genau, und zwar den Shazam, der wird gespielt von Zachary Levy, der hat doch tatsächlich, und das ist mir jetzt nicht mehr eingefallen, also die Figur innerhalb dessen, und zwar hat der in Tor 2 und in Tor 3 mitgespielt. Ach klar, als dieser, als einer seiner, als Tor, als Kumpels in seiner, seiner Truppe. Entourage. In seiner Entourage, genau. Ja, aber ich kann das irgendwie gerade nicht zuordnen, ich weiß auch nicht. So, dann, ähm, heiß geliebt in The Marvelous Mrs. Maisel, in der zweiten Staffel spielt er auch mit. Ja, und das war auch so ein, so ein Aha-Effekt. Aha-Moment, wo wir beide quasi, wir haben das quasi fast gleichzeitig, glaube ich, haben wir das. So irgendwie so, hä, der schaut aus wie Shazam, der wohl Shazam spielen soll, weil wir das vor ein paar Wochen erst geschaut haben. Ja, und er hat bei, das fand ich auch süß, bei Rapunzel, den Flynn Rider, spricht er. Ah, okay. Was auch sehr cool ist. Also im Original natürlich, ja. Ja, im Deutschen weiß ich es nicht. So, sein, äh, seine Nemesis, oder, ja. Der Widersacher, ja. Der Widersacher, Dr. Sivana, der wird gespielt von Mark Strong, und der hat, ja, der hat ja auch eine, äh, ein Lebenslauf ohne Ende, äh, Kingsman, der Spion und sein Bruder, Zero Dark Thirty, Robin Hood, Kick-Ass, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Der hat schon eine sehr ausufernde Karriere. Meistens spielt er böse Jungs, mit starrem Blick. Das kann er aber gut. Ja, das kann er gut, ja. Der hat eine, ne, ne Präsenz. Präsenz. Auf jeden Fall. So, jetzt bin ich noch ein bisschen, äh, ähm, irritiert, weil der Billy Batson heißt im Comic Billy Watson. Echt? Also laut meinen Aufzeichnungen heißt der Billy Batson. Sag mal, habe ich jetzt das B wie ein W gehört? Habe ich heute einen Hörfühler? 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 Ja, keine Ahnung. Auf alle Fälle haben wir heute Sprachfehler. Ja. Seht's uns nach. Nee, der heißt ja und immer Billy Batson, also laut, laut, laut Wiki hieß der im ersten Comic auch schon so. Ja? Ja. Okay, also Billy Batson wird gespielt von Asher Angel. Was für ein Name? Asher Angel. Und, äh. Ein junger Darsteller. Ja, sehr, sehr kleines Lichtchen noch, ähm, irgendwie ist Criminal Minds so eine typische, Kinder können mal, oder Disney Channel, weil Disney Channel war auch mit dabei, das ist so quasi das Sprungbrett. Also bei Criminal Minds spielen sie dann wahrscheinlich irgendwelche Kinder von irgendwelchen Opfern. Oder, keine Ahnung. Ähm, genau. Dann haben wir noch den Freddie Freeman. Das, äh, wird gespielt von Jack Dylan Grazer. Und, ja, der ist schon ein bisschen, ähm, bisschen bekannter. Auch ein Kind, ja, genau. Das ist ja sein Kumpel mit den, mit der Krücke. Ja, ja. Genau. Der hat aber schon in S mitgespielt. Und jetzt weiß ich ja, woher ich den, weil ich die ganze Zeit dachte, den kenn ich doch, den kenn ich doch. Ach, der hat den Stanley, ähm, den Stanley gespielt, oder? Den Stotter Stanley. Ja? Ja. Okay. Ja? Weil der ist echt super, finde ich super, den Schauspieler. Also der kleine. Der hat den Stotter Stanley gespielt, oder? Kann sein, ja. Der Jude war ein anderer. Ne, es war der Stotter Stanley. Genau. Äh, Beautiful Boy und Speechless. So, und dann kommen wir zum Zauberer, also zum Wizard. Äh, Dishmon Hunzon. Mhm. Habe ich das richtig ausgesprochen? Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wie man den ausspricht. Äh, ich muss immer, ich muss immer an den Senf denken. An den Dijon Senf. Dishmon Hunzon. Hunzon. Ja. Auch der hat eine sehr, sehr. Breite Vita. Breite Vita. Also der hat ja. Ich glaube, ich sage Gladiator, seit er auf der Bildfläche erschienen ist, hat er überall mitgespielt. Ja, vor allem halt, das ist so krass, weil wenn du das so mal durchschaust, also dann hat er in Captain Marvel hat er mitgespielt, in Aquaman hat er mitgespielt, in Guardians of the Galaxy hat er auch mitgespielt. Also er spielt, also im Prinzip, wenn es ein, ein, ja, ein gut ausstaffierten, das klingt jetzt komisch, einen muskulösen Schwarzen zu besetzen ist, dann ist er auf jeden Fall mit dabei. Was mich so ein bisschen wundert ist. Dass er nie eine Hauptrolle bekommen hat? Ja. Weil er ist ja schon, ist ein super Schauspieler. Ist er nicht, ist er nicht damals zumindest nominiert gewesen für einen Oscar oder sowas? Oder hatte der nicht schon mal eine Nominierung? Ich google das mal nebenbei. Aber ja, ich hätte den eigentlich, nachdem der für mich auf der cineastischen Landkarte zum ersten Mal aufgetaucht, ich glaube, es war sogar Gladiator, hätte ich schon gedacht, dass der einfach eine etwas präsentere Hollywood-Karriere hat. Aber im Endeffekt ist es tatsächlich so, also gefühlt, vielleicht gibt es jede Menge Filme mit ihm, die wir halt einfach nicht kennen, aber gefühlt taucht er immer in irgendwelchen die Mollen auf. Ja. Das stimmt. Ja. So, und dann habe ich jetzt noch die Dala Dudley und die ist ja so die zuckersüße, kleine Faith Herman aus This Is Us. Habe ich noch mal aufgeschrieben. Ja, die ist Zucker. Und Criminal Minds hat sie auch mal mitgespielt. Auch hier wieder. Ja, dann habe ich eigentlich auch schon wieder aufgehört. Ja. Weil das ist schon, also das Casting ist sehr weitläufig und ja. Also er war. Und ein paar Figuren, das wäre jetzt ein bisschen Spoiler. Also er war, ich habe jetzt mal nachgeguckt, also er war 2007 als Best Supporting Actor in Blood Diamond nominiert, für In America als Bester, Black Real Awards, das war schon sein, Amistad war er für den Golden Globe nominiert. Stimmt, Amistad hat er da auch mitgespielt. Naja, bei den Black Real Awards, das sind glaube ich eher so, genau, das ist so ein afroamerikanischer Filmverband, der seine Darsteller aus seiner Daughter gewonnen, für Blood Diamond und In America. Aber tatsächlich hat der, also den Oscar hat er nicht bekommen. Aber deswegen dachte ich mir so, der war damals, also Blood Diamond kann ich mich nur erinnern, war der ziemlich gut. Film ist auch gut. Und da war er nominiert, aber seitdem, wie gesagt, seine Karriere dümpelt sie vor sich hin. Er kann sich offensichtlich gut über Wasser halten, er ist ja immer noch da. Das ist eine tolle Aussage. Ich komme jetzt so, ich weiß nicht. Naja. Egal. Gut, dann würde ich sagen, lese ich mal die offizielle Inhaltsangabe von Warner vor. Ist ein bisschen länger. Ja, ich sehe es, ja. In uns allen steckt ein Superheld, es braucht nur einen Funken Magie, um ihn zu erwecken. Dank eines uralten Zauberers braucht Billy Betzen nur das Zauberwort Shazam rufen, um sich vom verwaisten Teenager in den erwachsenen Superhelden Shazam zu verwandeln. Als Kind im muskelbepackten Körper eines Halbgottes stellt Shazam mit seinen Superkräften allerlei Unfug an. Kann er fliegen? Hat er Röntgensicht? Kann er mit seinen Händen Blitze schießen? Kann er seinen Gesellschaftskundetest schwänzen? Mit jugendlichem Leichtsinn und einer gehörigen Portion Spaß sucht Shazam nach den Grenzen seiner neu gewonnenen Fähigkeiten. Doch er braucht einen Mentor, um seine Kräfte schnell zu lernen, um dem Schurken Dr. Sadeus Sivana und seinen Schergen Einhold zu gebieten. Das trifft's, aber... Das, nein, das ist mit dem Mentor, weiß nicht. Mentor? Wo stand Mentor? Hast du dir doch nicht zugehört? Nein, da war ich kurz weg. Naja, gut. Wenn du mir schon nicht zuhörst. Oh Mann. Don't do this at home. Ihr sollt weiter zuhorchen. Nicht einschlafen da draußen. Ja. Na gut, wie war denn so unsere Erwartungshaltung? Also wie sind wir da reingegangen? Also wir waren schon am... Wir hatten ja eine kleine, kurze Woche Urlaub und wir waren am Donnerstag. Also ja, wir waren eine Woche nach Filmstart. Also am Donnerstag. Genau. Wir waren schon am Donnerstag. Ja. Schon am Donnerstag. Ne, eine Woche später waren wir. Also wir waren nicht am Filmstart. Ja, aber wir waren nicht wie sonst üblich heute, sondern schon am Donnerstag, das würde ich damit sagen. Achso. Ja, wir waren... Also wir haben uns darauf gefreut. Also ich meine, wir haben den ersten Trailer gesehen, der war lustig. Und dann war das so, ja hey, DC kann lustige Filme machen. Und es ist ein Superheld dabei. Geile Nummer, gehen wir rein. Ja, ich glaube aber auch, das ist aber genau das, was für mich zumindest den Reiz ausgemacht hat, weil ich den Helden kaum kannte, weil ich mich darüber gefreut habe, dass DC auch mal wieder abseits von den ausgetretenen Batman, Superman, Pfaden einfach mal was Frisches, Neues wagt und wie man ihn jetzt auch an der Liste von Leuten, die da also an der Produktion beteiligt waren, Regie und Drehbücher so sieht, ja auch mal Leute ranlässt, die halt jetzt noch nicht so die Oberfiguren in Hollywood sind. Ja, das hat mich alles eigentlich positiv gestimmt, weil ich dachte, jawohl, das sieht lustig aus, das sieht einfach nach einem unterhaltsamen Film aus. Ich weiß schon, aber wo ich das jetzt wieder gelesen habe, welche Filme die halt im Vorfeld gemacht haben, das ist dann halt wieder so, warum muss es denn jemand aus dem Horrorfach sein? Ich habe den Eindruck, aber... Und ich finde, das merkt man auch schon wieder so ein bisschen. Ja, ich habe den Eindruck... Das sind ja alles, also Lights Out, Annabelle 2, das sind alles so, das sind Warner-Filme. Und die haben halt quasi in ihrem eigenen Regie-Pool, natürlich macht man das, aber dann denke ich mir dann so, hätte es denn jetzt schon wieder ein anderer sein können? Weil ich meine, wenn du halt, wenn bei INDB zwei, drei Filme halt erstmal genannt werden und dann halt nur so Kleinzeug, dann weiß ich schon, okay, der hat noch nicht viel Erfahrung. Da denke ich mir so, manchmal glaube ich, dass die auch nicht an ihre Sachen glauben. Das ist so, ja, jetzt müssen wir halt mal wieder und jetzt suchen wir halt mal einen rein, der, ja, wenn er es verscheißt, dann ist er auch nicht schlimm, dann darf er halt nochmal einen Horrorfilm machen. Ja, das Problem ist, glaube ich, das Budget auch. Ja, vielleicht auch das Budget, was man auch merkt, das merkt man ganz schön. Ja, aber die wollen halt wahrscheinlich sagen, okay, das ist keine Ahnung, ob das was wird, aber ist eine nette Idee, lass uns mal einen unbekannten Regisseur, der kostet nicht so viel. Ja, aber ich finde das auch wieder so unverantwortlich. Naja. Naja. Ist ja, ist ja was bei rumgekommen, so ist es ja nicht. Ja, wie war denn, wie war denn dann so dein erster Eindruck nach dem Verlassen des Kinosaals? Ich kann dir sagen, die letzten 15 Minuten während des Films dachte ich nur so, oh Mann, ich darf nicht wieder so kritisch sein, ich darf nicht wieder so kritisch sein, weil ich mich ja schon auf den Film gefreut habe, aber ja, er schafft es halt nicht ganz, einen so zu überzeugen, dass du halt wirklich denkst, so, ja, das hat jetzt, es hat in Teilen schon. Also fang doch halt mit dem Positiven an. Mit dem Positiven? Ja, dann wirkt es nicht ganz so viel. Achso, ja, Entschuldigung. Was hat dir denn gefallen, oder hast du dich amüsiert? Ja, in Teilen schon. Ja, schon, ich habe mich schon amüsiert. Ja, aber ich. Und das ist doch genau das, es war doch ein netter, unterhaltsamer Film, der aber nicht großartig nachhalt. Ja, er halt überhaupt nicht nachhalt. Ja, und das kann man jetzt, ja, das kann man jetzt natürlich so oder so auslegen. Das kann man sagen, naja, der hat überhaupt keine Substanz und der macht nichts mit mir und das stimmt ja alles, das stimmt ja vollkommen zu und das ist wie ein Fastfood-Menü. Wir haben das gesagt, ein Kids-Menü. Ja, wie so ein Happy Meal. Alles, alles richtig, aber unterm Strich, glaube ich, und da greifen wir jetzt ein bisschen zu unserem Fazit schon vorweg, ist es ein Familienfilm und ich glaube, dass so einer der ersten Gedanken war, oder einer meiner ersten Gedanken war auch, wäre ich jetzt irgendwie zwölf, dreizehn, vierzehn Jahre alt, glaube ich, hätte ich den voll abgefeiert. Ja, absolut. Also, wir sind zu alt für den Film. Ich glaube auch, also es ist natürlich, es ist offensichtlich, dass der Film Humor hat, das sieht man ja auch schon in den Trailern, aber es ist halt eine Art von Humor, der größtenteils auf dieser Prämisse basiert, dass du halt ein Kind hast, das sich in einem erwachsenen Körper befindet, der halt auch noch Superkräfte hat. Und so, es ist natürlich bisweilen lustig zu sehen, wie das Kind im Manne sozusagen die Kräfte entdeckt und nicht nur die Kräfte, sondern halt auch die Vorteile, die es hat, erwachsen zu sein, selbst ohne diesen Superheldenpart. Aber mehr ist es auch nicht. Nein. Also, dieser gesamte Humor basiert gefühlt auf diesem Gag. Aber er ist auch sehr sauber, der Humor. Ja, er ist sehr jugendgerecht. Absolut, ja, ja. Wobei zwölf schon... Hatte eine FSK zwölf. Ja, aber vom Humor her ist es schon FSK sechs. Ich kann dir aber sagen, also das ist jetzt der Punkt, den du auch vorhin mit diesem Horrorregisseur gemeint hast, was ich extrem krass fand, also vor allem im Kontrast zu diesem leichtfüßigen Humor und diesem eher familientauglichen, zu dieser familientauglichen Handlung, sind die Monster. Ja. Also wenn du da nämlich, also weil sonst hätte ich gesagt, wieso ist der nicht FSK sechs? Ja, ja. Nur wegen dieser Viecher, weil wenn ein sechsjähriges Kind diese Viecher zu Gesicht bekommt, das hat Albträume bis ans Lebensende. Die sind supergeil designt. Ich finde, dass die extrem gut aussehen, aber halt auch wirklich, wirklich furchteinflößend. Und ich fand das teilweise wirklich krass vom Kontrast her. Ja, das stimmt, ja. Wie heftig die aussehen. Ja, da hat er sich wahrscheinlich ein bisschen ausgetobt. Weil schon eher so mit seinem, naja, eher Kaugummi-Kostüm, ne, hier so rot, gelb, sieht ja schon sehr, das sieht halt aus wie aus einer anderen Zeit. Ja. Und ich finde es ja cool, dass sie sich getraut haben, dass sie eben jetzt keine super moderne, weil DC und Marvel, also vor allem Marvel steckt ihre, also was weiß ich, die stecken ja ihre Leute nicht in irgendwelche knallbunten Latex-Kostüme, wie sie sie früher in den Comics hatten, sondern die modernisieren halt der Outfit. Aber Shazam sieht halt genau so aus. Die ersten Fassungen sahen noch ein bisschen anders aus, habe ich auf dem Fotos, aber Rot und Blitz und dieser komische Umhang und das allein schon so ein bisschen antiquiert aus, ja. Das war da in der U-Bahn, die Szene, wo er es erstmal aufwacht. Geiles Outfit. Ja, und dann er sagt so, ja, Gold, Weiß und Rot, also ich weiß nicht, wie du es machst, aber es sieht geil aus, dass du dich das traust. Ja, das war cool. Es ist ja so, dass Billy Batson, in dem Fall ist er ein Waisenkind, und auf so einem Meta-Geschichte, die halt immer wieder mal zum Anklang kommt, ist er ja auf der Suche nach seiner Mutter, die, wo relativ bald im Film einfach schon geklärt wird, die halt verloren geht, sagen wir es mal so. Und landet halt, wird halt von Waisenfamilie zu Waisenfamilie da geschoben und landet dann bei eigentlich einer extrem charmanten Pflegefamilie, die halt so ganz, die nur aus Pflegekindern besteht, glaube ich. Ja, und sie sind selber auch Pflegekinder gewesen. Genau, und die Familie fand ich extrem cool. Ich fand das Haus super, das Haus war richtig geil. Das sah genauso chaotisch aus wie die Familie, aber auch sehr viel Charme und sehr viel Wärme ausstrahlend. Ja, das war toll. Und da lernt er ja dann, wie hieß er, du hast ja aufgeschrieben, diesen Jungen kennen. Den Freddy Freeman. Den Freddy, der ja offensichtlich Verletzungen am Bein oder Behinderung hat und in der Krücke geht, der aber sich dann zu seinem, wie wir erwarten, zu seinem besten Freund quasi mausert. Und der ist echt cool. Ja, der auch der Erste ist, der dann mitbekommt, der von seinen Superkräften dann Wind bekommt und das natürlich auf seine Art zu seinen Gunsten ausnutzt. Ja, wie gesagt, so ein Großteil vom Film, also diese Grundstory, also allein das ist schon so eher wie aus so einem Familien-Fantasy-Film, wo dieser uralte Zauberer auf der Suche nach einem Champion irgendwelche Leute zu sich holt und sie testet und dann nur dem Würdigen halt die Superkräfte verleiht. Allein das ist schon so, naja, ja nett. Nee, vor allem, ich fand halt von dem Zauberer das Kostüm, der sah halt aus wie so ein Penner. Ja, das sah wirklich. Den sie halt gerade von der Straße geholt haben und einfach diesen Umhang drüber gelegt haben. So, jetzt spürst du den Zauberer. Da habe ich aber ein Bild gesehen aus dem ersten Comic, der sah genauso aus, mit diesen langen weißen Haaren. Ja, aber das ist halt wieder genau aus dem ersten Comic. Wann war das? 1940. So, das kannst du nicht in der heutigen Zeit so darstellen. Naja, er sieht ja auch so altbacken aus. Das ist für Sam. Ja, aber ich meine, das ist ja nur der Umhang. Wenn du mal die Oberfläche von seinem Anzug, die sieht nicht mehr altbacken aus. Das ist genau das. Das ist schon eine Struktur drin. Genau, das typische Marvel-Kostüm mit den ganzen Plättchen oder wie das ausschaut. Also das ist schon gut gemacht. Aber ja, das ist so, ich weiß nicht. Dem Film auf der einen Seite hat er halt echt so seine Momente, wo du merkst, okay, da ist ein bisschen mehr Liebe reingesteckt worden und so ein bisschen mehr Detail. Und gerade dann bei dem Zauberer, also ich dachte nur so, also wenn ich in diese Höhle gekommen wäre und da steht dann vor mir so, ja, ist gut, so er hat mich wieder umdreht und gesagt, tschüss jetzt. Was willst du, was willst du, Penner von mir? Also ich weiß nicht, das hätten wir ein bisschen besser machen können. Ja, es ist, was halt, also bevor wir uns jetzt irgendwie von A nach C nach X nach B springen, glaube ich, was hältst du denn von den Darstellern so allgemein? Und fandst du die, fandst du die gut besetzt? Also die, die, gab es da irgendwelche Ausreißer nach oben oder nach unten? Oder sagst du, den fandst du besonders geil oder furchtbar? Also der Zachary Levy, der ist super als Shazam. Der Mark Strong ist, ja, das ist eine Routine-Darstellung. Also da hat er, aber wir haben schon gesprochen, er neigt Gott sei Dank nicht so zum maßlosen Overacting wie zum Beispiel an Jeremy Irons. Ja, also er spielt, also nicht immer gleich, das wäre jetzt ein bisschen gemein, aber es ist halt eher, also er spielt wie Mark Strong und nicht wie Dr. Silvana, aber keine Ahnung, wie Dr. Silvana, wie man spielen würde. Ja, passt halt, aber er ist da auch nicht der Schauspieler, wo halt in andere Rollen so schlüpst und denkst du, oh mein Gott, hat der das jetzt geil gespielt? Es ist halt Mark Strong, spielt halt immer Mark Strong, finde ich halt, also deswegen. Den Billy Betzen, da merkt man halt seine, seine, ja, seine Unerfahrenheit, also finde ich, merkt man schon ein bisschen an. Ich finde, er ist in der ganzen Riege der Schwächste. Von den Kindern? Ja, ich finde, er ist ein bisschen blass und auch diese Suche nach seiner Mutter und diese Zerrissenheit, also da hätte man noch einen Ticken drauf gemacht. Aber jetzt, wo du sagst, ich wusste es natürlich vorher nicht, aber jetzt so rückwirkend betrachtet, denke ich mir, ja, der sieht aus wie so ein Disney-Channel-Star. Ja, ja, genau. Also es ist eher so ein, ja, ich kann es jetzt schlecht beurteilen, ich bin ein erwachsener Mann, aber das ist so ein typischer Mädchenschwarm eigentlich, also aus meiner Sicht. Deswegen finde ich ja den anderen, der, wo den Freddie Freeman spielt, der bei S schon mitgespielt hat, der sieht so irre aus mit dem, da wird ja auch so ein bisschen damit gespielt. Ja. Weil er halt, er sieht halt echt aus wie so ein kleiner Psycho und der kann halt wirklich schon in seinem Alter richtig gut schauspielen. Also ich finde das super, wie er spielt. Ja, der ist gut, ja. Genau, dann der Dishman, Honson, 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 ja, der, ähm, den sieht man ja gar nicht unter seinem Bart, also, ähm, ja, und dann halt, also wer halt wirklich süß ist, ist die, die, äh, Faith Herman, die bei This Is Us auch schon super gespielt hat und die Kleine hat echt Talent, finde ich. Ja, die ist echt süß. Ja, und die anderen Kinder, die ich jetzt nicht aufgeschrieben hab, ähm, ja, das passt alles, also ich finde, da gibt's jetzt kein, also insgesamt ist das Cast stimmig, sie spielen alle gut, also da ist jetzt nicht, wo du denkst, oh mein Gott, was für ein Fehlcasting oder, oder, also Fehlbesetzung oder. Nee, finde ich auch. Finde ich gar nicht, also es passt alles wunderbar zusammen. Also, also Zachary Levy, glaube ich, der hat Spaß an dieser Rolle. Oh ja, der hat wirklich Spaß. Also, der, der spielt das mit einem, mit einer, mit einer Freude, also wirklich dieses, er verkörpert dieses Kind im Mann, ähm, absolut fantastisch. Ja. Und man kauft ihm diese Rolle auch, auch ab, ja, und, ja, wie, aber wie wir schon sagten, dieses, dieses, das Kind im Mann, äh, also ich hab mich so ein bisschen an, an, an Big, ähm, zurückerinnert gefühlt. Und, äh, da wird ja auch drauf verwiesen. Genau, das, ähm, mit dem Jahrmarkt und so und, äh, für alle, die es nicht mehr kennen, Tom Hanks spielte damals die Hauptrolle und, äh, eines Kindes, der sich, äh, am Jahrmarkt von so einem Zauberer gewünscht hat, dass er, äh, endlich erwachsen wird und dann halt über Nacht erwachsen wurde. Und, äh, eigentlich den ganzen Film über dieses Kind im Manne, äh, diesen Kind im Manne-Gag, äh, äh, ausspielt. Ja. Und daran fühlte ich mich schon ein Stück weit erinnert, eben weil auch weite Strecken des Films diese, dieses, diesen Aspekte einfach mit dem Aspekt spielen. Und das ist halt das, wo ich sage, ja, als Jugendlicher, glaube ich, kann man das voll abfeiern, als Erwachsener wird man nach dem zweiten, dritten, vierten oder zehnten Gag in dieser Richtung, wenn man sagen, ja, gut, äh, äh. So toll ist es auch wieder nicht erwachsen. Und es kommt doch das Klavier vor. Ja, wahrscheinlich. Das Klavier kommt doch vor. Das Klavier? Das Klavier. Ach, ja, ja. Ach, stimmt, das war auch eine Anspielung auf, auf Big. Hey, siehste, wusste ich gar nicht, aber jetzt, wo du es sagst. Ich nicht? Nein, das wusste ich nicht mehr. Okay. Ah, dieses, wo so drauf springen kann. Verstehe. Ja, was ich, was ich. Und ich hab den Film nicht mal gesehen, gell? Du hast es geguckt wahrscheinlich in den Facts. Nein, ich auch nicht. Nein, das ist bei Big, ich mein, du, den Film muss man nicht gesehen haben, um zu wissen, dass es eine Szene gibt, wo sie auf diesem Kaufhaus auf so einem Klavier halt hin und her und dieses Klavier halt leuchtet. Also ein, ein auf dem Boden liegende, eine Taste, ja, Klaviatur. Also ihr da draußen, ihr wisst, was ich meine. Ja, genau. Stimmt, das ist eine Big-Anspielung. Was, was ich auch cool fand, ist, sie gehen auch so ein bisschen augenzwinkern mit dem DC-Universum um. Das heißt, also Batman und Superman sind offensichtlich da. Ja, weil die Leute drumherum schon gewohnt sind, dass sie in ihrer Nähe irgendwie Superhelden sind. Und der prallt ja auch mit so einer Kugel, die angeblich von Superman abgeprallt ist, original und so. Also der Freddy. Der Freddy, ja. Und also sie, 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 sie setzen Shazam schon in diese Welt, wo es halt Superhelden gibt und das jetzt nichts Neues ist offensichtlich. Und sie spielen ja auch damit in diesem, eben in diesem Laden, wo das Klavier am Boden liegt, da hast du halt dann Merchandise rumstehen. Ja, ohne Ende, das ist voll geil. Wo er halt dann mit einer Batman-Figur rumwirft und sowas. Ja, weil er halt am Anfang so gar nicht zurechtkommt mit seiner Heldenrolle. Also er hat zwar, er ist zwar äußerlich, körperlich ein Superheld, aber er ist es halt nicht geistig. Und das ist halt so die Wandlung, die uns dann auch so ein bisschen enttäuscht hat, glaube ich. Also was halt einen richtig guten Superhelden-Film ausmacht, vor allem wenn es halt so eine Ursprungsgeschichte ist, ist halt schon immer so diese Wandlung an sich, der Moment quasi. Sagen wir das jetzt schon? Ist es nicht was für einen Spoiler-Teil? Ich erzähle jetzt noch nichts Konkretes über die Wandlung. Die es ja nicht gibt. Ja, die geht so ein bisschen, also ich weiß, welcher Moment es sein soll oder ich weiß, was es eigentlich, was die Apotheose darstellen soll, aber ich finde sie so ein bisschen unter... Echt? Ja, ich finde sie so ein bisschen unterwältigend. Ja, weil das ist eigentlich, das ist immer der geilste Moment bei einem Superhelden-Film, wenn er sich bewusst ist, wofür er da ist, was seine Kräfte sind und die Heldwerdung einfach. Und das ist, da kriegst du jedes Mal eine Gänsehaut, wenn es gut gemacht ist oder, so wie in dem Falle, jetzt bin ich echt mal gespannt, welchen Moment du dann meinst. Also, weil mir ist er dann irgendwie wohl nicht aufgefallen. Und ich war nicht mal auf dem Klo, gell? Ja, weil es halt einfach wirklich so ein bisschen belanglos ist oder halt einfach so ganz schleichend einhergeht und so dieser große Moment der Heldwerdung, also diese Apotheose, der war, ich weiß, welcher er hätte sein sollen, aber ich habe ihn so ein bisschen vermisst. Also, das hat mich jetzt nicht so umgehauen. Ja, ich glaube, man hört schon raus, dass wir durchaus unseren Spaß damit hatten. Der Film hat auf alle Fälle viele Pluspunkte und wird euch, also für alle, die ihn sehen wollen, ihr könnt eure Zeit sicher, wie soll ich sagen, es gibt schlimmere Dinge, die man mit seiner Zeit anfangen kann, als diesen Film anzugucken. Na, ich meine, also für alle Familien da draußen, schnappt eure Kinder, schnappt eure jugendlichen Kinder, also zwischen sechs und zwölf solltet ihr sie schnappen, in dem Alter, geht ins Kino, ihr werdet Spaß haben. Zwischen sechs und zwölf? Ja, weil der Film FSK-12 hat. Das heißt, die Kinder müssen ab sechs Jahre alt sein. Ja, aber seid euch dessen bewusst, dass die Monster in diesem Film durchaus gusig aussehen. Und, also, ich würde sogar fast den Ausdruck albtraumhaft benutzen. Das sind schon, also, ich bin jetzt nicht jemand, der davon Albträume bekommt, aber ich kann mir vorstellen, also, dass manche Kinder, vor allem eben in Kontrast mit dem ansonsten eher kindlich-naiven, sehr verstört werden. Also, selbst in Begleitung Erwachsener würde ich davon absehen. Also, so ab zehn vielleicht mal. Okay, dann ab zehn. Also, theoretisch, ja, aber praktisch, seid ein bisschen vorsichtig mit euren Kindern. Dann geht auch die Kinder halt. Wenn es nicht. Nee, aber, also, wir hatten unseren Spaß, aber wie wir eingangs schon gesagt haben, danach ist halt so ein, bist halt, ja, jetzt bin ich satt, aber, ja, mehr auch nicht. Na, satt nicht. Nee, es ist so wie, wie wir schon sagen, so wie ein Fastfood-Menü. Du isst das, du bist satt, aber das ist nicht so, dass du sagst, boah, war das jetzt ein geiles Essen? Ja. Nee, also, ja, Fastfood kann nie geil sein. Also, zumindest, wenn man es draußen isst, wenn man es zu Hause isst, dann ist es nochmal was anderes. Ja. Also, ist es ein... Das kann man jetzt auch wieder falsch verstehen. Ach, ich gehe da jetzt nicht drauf ein. Ein netter, unterhaltsamer, ja, würde ich jetzt eher sagen, Familien-Super-Film. Mach mal weiter. Und, ja, was denn? Na, weil, wir sagen ja die ganze Zeit schon, es ist... Ja, aber du hast noch gar kein Fazit rausgehauen. Ich versuch's dir ja die ganze Zeit aus der Nase zu ziehen. Doch, wieso? Aber das reicht doch, wenn du das... Das reicht doch schon. Okay. Ja, ihr habt doch gesagt, schnappt eure Kinder. Und hast du gesagt, ja, aber die dürfen nicht so jung sein, nicht so, ja, dann... Na gut, dann kommen wir zum Spoiler-Alarm. Schnappt sie euch! Wenn das so ist, kommen wir zum Spoiler-Alarm. Ja. So, jetzt erzählst du mir mal, wann die Heldwerdung war. Wann die Heldwerdung war? Na ja, sagen wir mal... Was für ein geiler Satz. Ja, die Heldwerdung war der Moment, wo er seine Familie... Geholt hat. Geholt hat. Also, wo er... Also, das ist so, in Rückblenden dann sich diesem... Seiner Heldwerdung, also, wo er die Kräfte bekommen hat, zurückbesinnt und sagt, okay, jetzt... Ah, Herzen und bla. Also, wo er seine Kräfte auf seine Pflegekinderfamilie überträgt und somit quasi eine Shazam-Familie erschafft. Das war eigentlich, glaube ich, so der Moment, den die Autoren beabsichtigt hatten. Ja, okay. Um es mal so auszudrücken. Aber er verpufft halt... Ja, total. Weil es eigentlich... Also, der eigentliche Katalysator für ihn ist... Also, das Thema Familie ist oberpräsent in dem Film. Ja, und der eigentliche Katalysator für ihn ist quasi so diese Offenbarung, dass das jetzt seine Familie ist. Also, dass er halt dann auch von seiner Mutter zurückgewiesen wird, die er ja dann findet. Ja. Und sich dann erkennt, okay, das ist tatsächlich seine Familie, die stehen zu ihm, obwohl sie nicht blutsverwandt sind mit ihm. Und er muss die beschützen. Mhm. Aber da gibt es jetzt nicht so diesen, diesen einen definierenden Moment, sondern das ist so ein ganz schleichender Prozess. Mhm. Also, die helfen ihm ja dann doch auch, seine Mutter zu finden. Er geht da hin, er wird zurückgewiesen, dann wird seine Pflegefamilie bedroht. Und dann will er sie halt beschützen. Und dann will er sie beschützen und dann versucht er da, da wächst, also er wächst in diese Heldenrolle rein. Das ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Und es gibt jetzt nicht so diesen einen definierenden Moment, wo er sagt, jawohl, ich bin jetzt der und der und muss das und das tun, wie wir es eben aus vielen anderen Filmen kennen. Würdest du damit... Ja, jetzt wo du es so sagst, absolut. Gut, ähm, ja, aber er ist wirklich sehr, sehr schleichend. Also, das ist vielleicht für mich zu subtil gewesen, weil, ähm, gegen Ende gibt es ja dann diesen Kampf gegen Dr. Savannah. Und da hat man, da ist er ja dann schon der Held. Und mir kam das dann immer so vor, dass er halt die ganze Zeit halt überlegt, wie kann er den jetzt kalt machen. Und das wäre mir halt die ganze Zeit immer zu wenig gewesen, so quasi, ich muss eigentlich nur schauen, welche Kräfte ich einsetzen muss, dass ich ihn auslöschen kann. Oder, oder, genau, dass der Kampf halt endlich entschieden ist. Und den Moment, wo die als Familie zusammen die ganzen Superhelden dann entstehen, der war schon toll. Das war, ähm, auf jeden Fall an den Top 5 der besten Momente, auf jeden Fall auf Platz 2. Und, ähm, aber ich habe ihn nicht als Heldwerdung, ja, weil vielleicht hat die Musik einfach nicht dazu gestimmt, ich weiß es nicht. Ähm, ja, genau. Ja, er ist halt verpufft, weil... Er ist total, oder? Weil, weil, weil sein Weg zum Helden, da eigentlich schon, da warst du schon mittendrin. Ja, weil alles dieses, er geht zu seiner Mutter, er kommt wieder zurück und dann sind die, glaube ich, schon alle gefangen und, genau, und das ist halt so, bäm, 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 bäm. Also, diese Momente werden ja auch nicht in dem Sinne ausgekostet, dass du merkst, so, ah, okay, hier passiert gerade was, hier passiert auch was mit ihm. Vielleicht liegt es jetzt auch wieder daran, dass, ähm, der Asher Angel, ja, ich meine, ganz im Ernst, also sein Gesichtsausdruck war in weiten Teilen schon immer gleich. Also, da hast du dann aber auch nicht gesehen, dass jetzt gerade irgendwas in ihm passiert. Und ich meine, so ein Tränchen rausdrücken, das können sie ihm, ihm, eigentlich alle, weil seine Mutter ja dann halt, ja, zugibt, dass sie halt, naja, nicht die beste Mutter ist oder keine sein kann. Sie kann es halt nicht. Und, ähm, das fand ich auch ein bisschen schade, weil das hat mich auch nicht berührt. Also, weil das ist schon traurig. Also, wenn, sie hat ihn ja, äh, das sieht man ja, ich glaube, am Anfang, wie er als kleiner Junge von seiner Mutter, also, sie schießt ihm so eine Kugel, wo so ein Kompass drin ist. Auf dem Jarmark. Auf dem Jarmark, genau. Und, ähm, ja, dann siehst du halt, wie er halt verloren geht, weil er diese Kugel verliert und will die natürlich wiederholen, weil seine Mutter ihm das erst geschenkt hat. Und dann verliert er seine Mutter und so beginnt seine Karriere als Waisenkind. und im Nachhinein sieht man dann halt, wie sie ihn schon auch gefunden hat, aber sich dann dazu entschlossen hat, ähm, und das ist schon auch krass. Ich fand's, ich fand's. Weil sie hat ihn ja gesehen, wie die Polizei auf ihn aufpasst und dann sagt sie, ich hatte das Gefühl oder ich wusste, die Polizei kümmert sich jetzt besser um dich als ich. Und dann denke ich mir so, wow, also dann bist du in dem Moment keine Mutter, weil Mutter ist, also für mich. Nee, ich ja auch nicht. Ja, genau, aber dieses, der Begriff Mutter ist halt, dass ich mir um mein Kind kümmere und nicht, dass ich sag, fremde Leute sind besser für mein Kind. Also das war halt schon. Nee, die war schon ziemlich kaputt als Mutter, aber sie wird halt auch nicht weiter charakterisiert, das ist das eine. Und zum anderen fand ich's ein bisschen unglaubwürdig, weil, ähm, ich geh mal davon aus, dass das Kind, äh, in jedem Fall weiß, wie es heißt. Ja. Und, dass auch eine Polizei dazu in der Lage wäre, äh, die ausfindig zu machen. Ja. Also das fand ich jetzt ein bisschen gut, da kann man sich jetzt sicher drüber streiten, ob und wie leicht es möglich ist, da als Mutter sich, sich da raus, einfach mal unterzutauchen, keine Ahnung. Naja, aber das war auch eine ganz, also das war eine komische Geschichte, also wie, ja, da weiß ein Kind wurde. Also, ja, und das, das ist halt, ich finde, das, also damit dieser Moment funktioniert hätte, hätte man die Beziehung zwischen den beiden anders darstellen müssen. Also du hast halt wirklich nur, ähm, du hast halt wirklich nur diesen einen Moment auf dem Jahrmarkt gesehen mit dieser, mit diesem Kompass und sonst keinerlei Momente aus seiner Kindheit. Also, somit hast du als Zuschauer wenig Rechtfertigung, äh, oder wenig emotionale Bindung zu ihr. Und somit ist seine Bindung zu ihr immer ein bisschen abstrakt. Mhm. Also du fühlst das nicht. Mhm. Ja. Und du verstehst es, aber du fühlst es nicht. Und das hätte man wahrscheinlich mit so der einen oder anderen Rückblende zu seiner glücklichen Kindheit, sofern sie denn, das fand ich wiederum cool, dass sie diese Szene, in seiner Erinnerung ein bisschen anders dargestellt haben als in ihrer. Ja, das stimmt, ja. Ja, weil da wirkte sie viel genervter, viel, also, überfordert. Genau, überfordert, genau. Also da hast du richtig gesehen, so, ah, die muss jetzt hier ihr Kind irgendwie bespaßen und dazu ist die nicht mal in der Lage. Und, ähm. Das hätte man, also das hätte, mit denen hätte man sogar noch ein bisschen spielen können. Also wenn man da noch so zwei, drei Rückblenden gezeigt hätte, zu seiner Sicht auf seine glückliche Kindheit und dann nochmal ihrer Sicht. Ähm, und das hätte, dann hätte der Moment besser gewirkt, glaube ich. Ja. So hast du, das war das ein bisschen abstrakt. Ja. Leider. Und, ja, und aber das, das ist eigentlich so ein Teil dieses schleichenden Heldwerdungsprozesses, der so vor sich hingeht, der immer wieder mal ein paar coole, äh, Zwischenmomente hat. Er hat, äh, ich meine, er läuft ja am Anfang vor seiner Verantwortung regelrecht, im wortwörtlichen Sinne davon. Ja, ja. Also als er zum ersten Mal mit dem Dr. Sivana konfrontiert wird, der ja diese sechs Todsünden, äh, diese sieben Todsünden, diese, diese Dämonen in sich birgt und ihre Kräfte bekommen hat. Und, ähm, als er den zum ersten Mal trifft, läuft er ja davon. Ja. Und, äh, versucht sich da seiner, seiner Verantwortung zu entziehen. Und erst eben, als seine Familie dann, als ihm bewusst wird, dass es seine Familie ist und die dann bedroht wird, dann kommt er so langsam in die Gänge. Und dann haben sie ja ihre Betthöhle gefunden. Ich meine, die Höhle war schon cool, auch die Idee mit den Türen, das war schon auch cool und auch, ähm, was ich so gedacht hab, weil am Anfang sieht man halt in dem Film, wie, ähm, quasi der Dr. Sivana das erste Mal auf diesen Zauberer, ähm, als Kind, äh, auf ihn trifft. Und zwar hat er halt auch so eine Kugel, die halt, wenn du dich schüttelst, gibt's dann halt immer die Antworten auf deine, auf deine Fragen. Und er wird halt dann in dieses, ähm, ja, Paralleluniversum gezogen und der Zauberer sucht halt die ganze Zeit immer einen Nachfolger, äh, der dann auf diese sieben Todsünden aufpasst. Die sind gefangen in so Steinfiguren und, ähm, naja, er ist halt, ähm, ein sehr gemobbtes Kind, muss man so sagen, weil sein Vater hält nicht viel von ihm und sein größerer Bruder hält auch nicht viel von ihm. Also, die zwei sorgen immer dafür, dass er halt, ähm, naja, nicht wirklich ein Selbstwertgefühl aufbauen kann und, äh, will natürlich, äh, aufgrund, weil er wird ja vor die Wahl gestellt, möchtest du jetzt mein Nachfolger werden oder möchtest du halt die, diese Kugel mit den Kräften und so und er sagt sich halt so, ja, geil, natürlich will ich die Kugel, die will mein Vater beeindrucken, weil der hält ja von mir nix. Und somit hat er die Probe halt nicht bestanden, was wiederum einen, einen Autounfall irgendwie auslöst. Wo sein Vater halt querschnitts gelernt wird. Genau, wo sein Vater, das sieht man aber auch erst später, also man, erst dachte ich, sein Vater ist tot, aber, ähm, er lebt noch. Er lebt halt noch. So, und der Dr. Sivana ist jetzt natürlich angefixt von dieser Höhle und das Einzige, was er, und dann kommt ja die Blende heute und ich denke noch so, das war jetzt aber nicht der Wusch des Samis, oder? Das war jetzt nicht der Junge, weil ich mir denke, so, heute, das ist doch, das war 1974 und heute ist, naja, wahrscheinlich 2019, oder? Und dann, naja, das war ich kurz ein bisschen irritiert, aber später wurde das ja dann aufgeklärt, dass dieser Junge in der, dieser erste Junge in der Höhle halt der Dr. Sivana ist. Und der halt sein Leben lang halt die Möglichkeit sucht, wieder zurück in diese Höhle, 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 in diese Höhle zu kommen. Genau. Und, ähm, da, er weiß ja schon, was er will, und im Prinzip, also diese Kräfte, und dann schnappt er sich diese Kugel mit den ganzen sieben Todsünden, ja, und dann wird's dann halt ein bisschen eng für den Zauberer. Ja, es ist... Und dann schnappt er sich quasi wie den ersten, den er irgendwie kriegen kann, oder? Oder wie soll man das verstehen? Nee, der hat schon Dutzende, also man sieht ja den Dr. Sivana, der, ja, irgendwie so Forschungsaufwand betreibt und angebliche, äh, eine angebliche Massenhysterie untersucht, äh, von Leuten, die eben alle in dieser Höhle waren. Mhm. Und man sucht, man, also über diese 20, 30 Jahre hinweg, äh, 40 Jahre hinweg, äh, zog sich diese Suche und gab's ja immer mehr Leute. Und der Billy ist schon, ja, ähm, also der Billy ist, ist aber dann, glaube ich, so kam's dann schon rüber, auch nicht die erste Wahl, sondern einfach... Nein, er ist gar nicht die erste Wahl. Weil er schon geschwächt ist und die, die sieben Todsünden ja schon, äh, entkommen sind, äh, ist dann halt einfach die... Die letzte Wahl. Die letzte, die er noch übrig hat. Genau. Ja, ne, aber, äh, was ich noch sagen wollte zu diesem Dr. Sivana, da merkt man auch wieder ganz deutlich, äh, welche Alterszielgruppe der Film hat, weil dieser ganze Prozess von, äh, von wegen, warum ist der so, wie er ist als Erwachsener, ist halt alles andere als subtil. Ähm, ich meine, das war schon krassee. Der Vater und, äh, äh, der ältere Bruder von ihm, ähm, die hacken da verbal auf dieses Kleinkind ein, dass du sagst, also das, das macht doch kein Vater oder kein größerer Bruder, wieso sollten die so, also die machen den halt wirklich runter und der taucht nix und du kannst nix. und auch so als dieser Unfall passiert und das ist deine Schuld das ist glaube ich so mit das Erste, was sein größerer Bruder da über die Lippen bringt und dann denkt man naja, ich weiß, warum sie es machen, das soll halt jetzt verdeutlichen warum woher der Antrieb kommt aber so ein bisschen subtiler hätte man diese Schuldgefühle ja, also in einem erwachseneren Film, sagen wir es mal so hätte man das sicher subtiler transportiert dass man ihm diese Schuld quasi unterschwellig also ein bisschen unterschwelliger hätte man es vielleicht ja, aber da ist wieder diese, das ist zum Beispiel da muss ich jetzt gleich wieder an Pixar denken, weil die haben halt, also diese Filme, die funktionieren halt auch immer auf zwei Ebenen, einmal für Kinder und einmal für Erwachsene es passieren immer auf mehreren Ebenen Sachen, wo du als Erwachsener dir auch was rausnehmen kannst, egal welche Geschichten es halt auch sind und da ist jetzt zum Beispiel da hätte man auch auf zwei Ebenen das Ganze machen können und sagen, okay wir kommen jetzt da von diesem, es gibt halt die Momente, wo halt diese Junge ist jetzt ein Mann und der ist jetzt halt ein Superheld und hey das ist cool und so und dann gibt es halt noch diese andere Ebene, wo du halt als Erwachsener das auch nachvollziehen kannst warum der oder der jetzt das auch macht, um dem Ganzen ein bisschen Tiefe zu geben ähm, ja ich meine nachvollziehen kann man es auch, aber es ist halt mit dem Holzhammer ja, aber es ist ja auch nicht, es ist so es lässt einen halt auch schon wieder kalt weil es ähm also man fühlt mit ihm sowieso nicht mit also ich fühle mit dem Bösewicht mit keiner Figur fühle ich mit und wie gesagt, der einzigste, wo halt für mich also raus also von den Kindern her, also von dem Kunden das ist halt der Freddy, also wo ich halt am besten finde Ja, also Emotionen also sowas wie Emotionen habe ich eigentlich nur so im im Kreise dieser dieser Pflegefamilie empfunden das fand ich das fand ich nett die haben zwar nicht so viel Screentime auch die Eltern nicht aber die sind einem vom Anfang an also von der ersten Sekunde an sympathisch und auch so dieses Familienleben und als er in dieses Haus kommt und alles so ein bisschen chaotisch und das ist der und das war für mich einer der schöneren Momente wo ich mich auch emotional so ein bisschen zu Hause fühlte weil man dachte die sind wirklich lieb und die haben das Herz am rechten Fleck und die kümmern sich um diese Kinder aber die kriegen halt auch wahnsinnig wenig das wäre jetzt aber kein direkter Vorwurf dem Film gegenüber es ginge ja auch gar nicht aber die kriegen auch nicht viel Screentime die Kinder also dass du halt die werden typisiert am Anfang ganz klar die gerne umarmt das ist die der sitzt vor dem Computer die geht aufs College oder bewirbt sich gerade für die Unis und der spricht kein Wort also so zack 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 aber trotzdem schaffen die ist also vor allem die Kleine halt das ist echt toll gemacht ja ich glaube wir haben jetzt erschöpfender über den Film gesprochen als du zunächst dachtest ja das stimmt ja ein Fazit haben wir ja schon vorweg gegeben dann würde ich sagen kommen wir zu einem Ausblick kommen wir zu einem Ausblick ja was wir als nächstes gucken werden ja ich glaube das steht vollkommen außer Frage ja endlich Avengers Endgame Avengers Endgame ja der kommt wann in die Kinos am 24. April 24. April oder 23. ja weil irgendwie startet er schon mittwochs keine Ahnung aber ich glaube 24. April ich glaube das dürfte in jedem Falle der nächste Film also wir werden da alle Fälle reingehen und wahrscheinlich ist es auch der nächste Film den wir gucken also realistisch betrachtet das ist der nächste Film ne ich meine vorher wird es nichts geben ne gibt es auch nichts genau ja Avengers Endgame wir freuen uns drauf ihr könnt euch drauf freuen auf die auf die dann 39. Episode wäre ja cool gewesen wenn das die 40. gewesen wäre aber man kann man kann nicht alles haben nein wir könnten jetzt noch ne könnten wir eigentlich nicht dazu haben wir zu wenig geschaut Serien Eintop vorausschmeißen nein noch nicht wir haben aber wir haben aber wieder mal eine Serienempfehlung für euch ja was haben wir wir haben gestern ja fertig geguckt der Pass Wahnsinn der das ist eine deutsch österreichische Produktion eine Sky Produktion eine Sky Produktion für die alleine sich schon mal wieder das Sky Ticket für uns ausgezahlt hat abgesehen davon dass morgen Game of Thrones achte Staffel losgeht und wir jedem von euch empfehlen würden da sich Sky Ticket zu schießen ja um das gucken zu können wird Woche für Woche quasi einen Tag nach US-Ausstrahlung auf Deutsch dort zu sehen sein wir werden es auf alle Fälle weiter gucken freuen uns tierisch drauf haben ja letzte in der letzten Episode schon drüber gesprochen dass wir Game of Thrones die sich in Staffeln wieder durchgesuchtet haben nein aber wir wollen nicht über Game of Thrones sprechen nein wir wollen eigentlich über der Pass reden genau und das ist wirklich also entschuldige dass ich dich unterbreche es ist dieses dieses ich wusste es ist tatsächlich ein Franchise also diese also diese Idee vielleicht kennt der ein oder andere von euch die Brücke das ist ja die diese schwedisch das wollte ich jetzt sagen achso ja aber die ist ja das ist nicht nur so ich habe das mal im Abspann gelesen dass sie die Idee verkaufen ah ok ja weil es gibt ja die Brücke die schwedisch dänische Originalproduktion und dann gibt es auch The Bridge das ist die amerikanische Version und jetzt der Pass das ist die deutsche Version genau aber das ist ein Franchise tatsächlich aber das ist cool weil es halt wirklich also ich habe die The Bridge die amerikanische Version ein paar Folgen weiter geguckt ich würde es gerne weiter schauen weil es hat tatsächlich auch funktioniert und zwar die amerikanische Version spielt an der amerikanisch-mexikanischen Grenze in dem Falle ist ein mexikanischer Polizist und Diana Krüger ist dann die die amerikanische Polizistin ja was ist denn die Grundprämisse aller Serien die Grundprämisse ist dass auf der Grenze eine Leiche gefunden wird genau so und dann beide Länder quasi zuständig sind für die Ermittlungen genau weil es genau auf der Mitte ist und auch hier wieder der Orsch der Orsch in Österreich und auch hier wieder in der deutsch-österreichischen Grenze und hier ist es eine deutsche Kommissarin und ein österreichischer Kommissar und gespielt wird das Ganze von Julia Jentsch ist die Deutsche und der verdammt wie heißt er der Wahnsinns-Schauspieler schau mal bitte kurz nach weil der der spielt den Gideon Winter so heißt der Kommissar ist der Österreicher und mein Gott also ich habe seit langem mal wieder also das ist der Wahnsinn wie der Mann spielt das ist wirklich ein ein Augenschmaus ja ich suche mal erzähl weiter genau und auch hier wieder eine ja vor allem halt mit seinem österreichischen Dialekt der ja ein bisschen Wiener Salzburgerisch angehaucht ist Nikolas Ofcharek heißt der der Darsteller genau Ofcharek Ofcharek genau der ist der Wahnsinn also ist bekannt aus Film und Fernsehen er macht natürlich viel auch in in Österreich und ich habe noch ein bisschen nachgeschaut hat auch schon ein paar Kinofilme hat er auch schon in jungen Jahren gemacht aber er ist jetzt mehr ein Fernsehdarsteller ja und genau also ich finde ich finde das klasse weil jetzt speziell der Pass diese Grundidee der Originalserie nimmt aber wieder was vollkommen eigenständiges draus baut inklusive einer fantastischen Atmosphäre Wahnsinn tollen Darstellern und dieses dieses Lokalkolorit dieser Berggegend wo diese Leiche gefunden ist ist halt ständig kalt es ist immer Winter ja dieses dieses Spiel vor Weihnachten das Spiel vor Weihnachten so wahnsinnig gut einfängt ja und darüber hinaus einfach noch eine richtig gute Krimi Serie geworden ist ja also jeder der der so seinen Spaß an dem österreichischen an der österreichischen Mundart hat kommt da auf seine Kosten aber es ist wirklich nicht nur das sondern es ist wirklich ein guter Krimi ja und sehr atmosphärisch sehr atmosphärisch wunderschön gefilmt wahnsinnig gut gefilmt da kriegt man richtig Angst vor Berge und Wäldern also da gibt es Momente also wo dann die Kamera da auf sich auch so von oben also so diese diese typischen wahrscheinlich nehmen sie heute früher haben sie einen Helikopter jetzt nehmen sie halt Drohnen dafür so wo von oben halt dann gefilmt wird so irgendwelche Straßen und so also es ist der Wahnsinn also du hast irgendwo eine Kritik gelesen oder eine Anmerkung das war True Detective trifft was nochmal ähm das weiß ich nicht mehr mäh ja irgendwas mit ja genau irgendwas mit True Detective ja und es passt wirklich ich finde es passt weil das halt genauso auch wie bei True Detective ne muss ich muss ich aber sagen da hat sie mir dann im Endeffekt ist dann diese übernatürliche Komponente so ein bisschen abhanden gekommen am Anfang hätte ich gesagt ja also die ersten zwei aber True Detective hat übernatürliche Komponenten die erste Staffel ja ja die erste aber ich rede jetzt also mir geht's bei True Detective wenn ich man muss nicht immer jede Staffel halt also die erste natürlich herausragend die zweite ist auch gut die dritte hat uns jetzt nicht so gut gefallen aber was halt immer für diese Serie halt spricht sind die Bilder ist die Atmosphäre und es sind die Schauspieler also und das sind die drei Komponenten wo man sagt so hey ähm wenn man wieder Bock auf eine gute Krimiserie hat kann man das immer anschauen bin ich der Meinung und da sind wir auf jeden Fall auch wieder ähm dabei also weil der Pass genauso also Wahnsinns Schauspieler Wahnsinns Kameraaufnahmen Wahnsinns Geschichte auch ähm Wahnsinns Schauspieler Schauspieler Atmosphäre jetzt bin ich glaube alles durch bäm 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 toller Krimi ähm ist auch ist auch so dass das äh wir so glaube ich auf der Hälfte ich glaube acht Folgen sind es äh ab der Hälfte irgendwie dachten äh zu wissen äh wohin das Ganze geht äh wohin das Ganze geht äh hat uns aber am Ende doch ähm sehr überrascht im Positiven ähm und äh wir fanden es gut und es ist auch wirklich ein ein ich finde es schön dass es ist jetzt schon tatsächlich die dritte deutsche Serie über die wir sagen können wow ähm ähm also nach nach dem grandiosen äh Babylon Berlin natürlich ähm nach dem äh nach dem Boot äh Revival wenn man so will ähm und jetzt der Pass ich meine es gibt sicher mehrere die wir jetzt nicht kennen aber das sind die drei die wir gesehen haben wo wir extrem angetan waren und wo wir eben also mein Credo ja immer immer noch ist dass deutsche TV und äh Kinoproduktionen immer dann am besten sind wenn sie also nicht versuchen ähm amerikanisch zu sein wenn sie einfach das ähm einfangen also wenn sie wenn sie das die Region oder oder das Land in dem es spielt einfach einfangen und nicht anderes nachahmen und das das ist die große Stärke von deutschem Kino und deutschem TV-Produktionen und jedes Mal wenn sie das machen funktioniert ja absolut und das ist äh ja unsere Serienempfehlung für den für April 2019 für zwischen den Tagen wenn Game of Thrones guckt euch der Pass und wenn ihr kein Sky oder Sky Ticket habt ähm das könnt ihr euch auch Blu-ray holen und und wenn es denn soweit ist und und kaufen und gucken das ist da macht ihr überhaupt nichts falsch mit ist ist eine tolle Serie gut dann ähm kommen wir zum Ende ja ja geben das Wort wieder an euch wenn ihr uns Rückmeldung geben oder uns unterstützen möchtet dann könnt ihr natürlich wie immer euren Freunden von uns erzählen uns auf Twitter Facebook YouTube oder Instagram folgen ihr könnt diese oder jede andere Folge kommentieren worüber wir uns natürlich sehr freuen uns eine Nachricht schreiben ihr könnt uns auf iTunes oder panoptikum.io bewerten uns via Flatter unterstützen ihr könnt über unser Partnerprogramm bei Amazon.de einkaufen oder uns anderweitig eine Sach- oder Geldspinne zukommen lassen alle Links und Hinweise dazu findet ihr in den Show Notes dieser und alle anderen Episoden im Podcast Client eures Vertrauens und natürlich auf kat.exclamatio.de so das war's für heute ich sag mal bis bald bis bald bis bald bis bald wir wünschen euch noch uns und noch einen schönen Sonntag euch noch einen schönen Resttag wann auch immer zu welcher Tages- oder Nachtzeit ihr auch immer diese Episode hören wollt noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal macht's gut tschüss